So, jetzt füllen wir das Ganze. So, jetzt ist wieder einer. Mache wieder einen Knopf rein. So. Die Knopf, was du machen, macht das dreimal und das halbt nachhand. Dann könntest du den Daumen wieder abschneiden. Das, was da überflüssig ist, von Daumen auch wegschneiden gleich, dass es schön sauber ist. Fertig die Schnur abschneiden. So, jetzt ist wieder ein Kranz fertig. So, jetzt ist wieder gekocht.